Steinferger, richtig? Ja, hallo, show us then for you. Okay, super. Herr Steinferger, ich bin Sebastian Leroy, der Manager von Europäischer Haupttrainingabteilung und melde mich in Bezug auf unsere Baden. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag, mein Name ist Sandra, spreche mit der Steinferger. Ja. Herr Steinferger, ich profiziere von Stockstationen im Handelsplattform. Sie haben bei uns ihre Interesse gezeigt für Online-Investitionen, Bitcoins und Aktien, ist das richtig? Weiß ich nicht, ne? Heimlich nicht. Hallo, guten Tag, Johann Kapell, Samperrat. Willkommen an Ruhe von der Europäischen Finanzbörse. Ich verhebe mich, Herr Steinferger. Ja, schon, Steinferger hier. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Betrüger mitgebracht. Alle drei versuchen uns, wie immer, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es geht um Tradingbetrug. Betrug am Handelsmarkt, wo man euch 250 Euro Minimum aus der Tasche leiern will, um dann am Ende einfach zu verschwinden. Die Telefonnummern, mit denen die Betrüger hier bei uns auf der Leitung anrufen, die existieren eigentlich in Wirklichkeit gar nicht und sind gefälscht. Das bedeutet, wenn man versucht, zurückzurufen, erreicht man einfach niemanden. Ja, und so funktioniert der Betrug mit dem Handelskonto. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Telefonaten. Steinferger, richtig? Ja, hallo, ich bin Sebastian Leroy, der Manager von der Europäischen Haupttrainingabteilung und melde mich in Bezug auf unsere Börse. Sie sind gerade eingemeldet und ich möchte Ihnen erstmals gratulieren. Sie haben zuerst erfolgreich gekriegt in unserem System und jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit unserer Firma, mit unserer Expertin erfolgreich zu handeln auf dem Finanzmarkt. Ja, erstmals möchte ich Ihnen fragen. Haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? Haben Sie schon gehandelt oder sind Sie Anfänger? Was meinen Sie jetzt genau? Da habe ich die Frage nicht verstanden. Natürlich, das hat ganz gut größtes Bedeutung und genau deswegen frage ich das Ihnen. Ja, einfach, haben Sie Wissenschaft über Finanzversorgung? Haben Sie gehandelt auch dort oder sind Sie neu in diesem Bereich? Nein, ich bin Schniedelnagel neu. Neu. Okay, das ist gar kein Problem, Herr Steinberger, weil von unserer Seite werden Sie alle Untersuchungen bekommen, was Sie für erfolgreiches Handlungsprozess brauchen. Ja, weil Sie werden für die Anfängerkonto aktivieren. Ja. Das bedeutet Anfängerkonto. Haben Sie auch schon entschieden mit Wörterzümmen, möchten Sie den Handlungsprozess anfangen? Machen wir das, ich habe 250 Glocken mit Stopp zahlen. Natürlich, als Anfänger Kunde, Sie haben genau solche Gelegenheiten mit 250 Euro zu anfangen. Ja. Ja, sehr gut, das ist ganz gute Entscheidung. Weil ich sage das immer mit meinen Kunden, dass erstmals sollen Sie Erfahrungen sammeln und dann mit größeren Summen handeln. Herr Steinberger, welche Einzahlungsmethoden benutzen Sie? Zum Beispiel Visa-Karte, Masterkarte, Paypal, Online-Banking. Welches ist für Sie besser? Ja, das ist alles vorhanden. Sie haben alles? Das, was Sie gesagt haben, ist alles vorhanden. Okay. Dann denke ich, dass Paypal die beste Einzahlungsmöglichkeiten ist, weil es geht sehr schnell und ganz sicher auch. Haben Sie Paypal natürlich, ja? Ja, ja, das ist Topp da. Okay, super. Dann werde ich Ihnen einen Link senden per E-Mail. Bitte öffnen Sie das und sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihres Bildschirm, okay? Dort wird einfach Link mit größeren Buchstaben geschrieben. Paypal Link. Ja. Also Sie schicken jetzt den Link. Natürlich. Ich werde Ihnen jetzt meinen E-Mail senden. Und dann? Und damit können wir diese Einzahlung, diese Transaktion ganz leicht machen und dann Ihr Handelskonto aktivieren, okay? Bewerten Sie bitte einen Moment nur auf der Linie. Ja, ich kann warten. Herr Steinberger, welches Gerät benutzen Sie? Zum Beispiel jetzt. Haben Sie Handy oder haben Sie PC? Na, jetzt telefonieren wir über das Festnetz. Okay, und jetzt benutzen Sie PC, ja? Na, wenn ich machen Sie... Ja, E-Mail zum Beispiel. Ja, dann nehme ich Computer. Okay, einen Moment. Okay. Okay, das ist schon weg. Das ist schon gesendet. Öffnen Sie Ihre E-Mail und erneuern Sie das. Sie werden das gerade kriegen. Also Sie meinen, ich soll mal hier an den Computer gehen und da in eine E-Mail gucken. Das meinen Sie damit. Okay. Sie können fast das Internet haben. Sie können einfach Lautsprecher anschalten und doch öffnen Ihre E-Mail. Ja, also mache ich mal E-Mail auf. Okay. Dann muss ich mal gucken. An welche E-Mail-Press haben Sie es geschickt? Ah, das ist gesendet über scharvensteinfeger.gmail.com Scharvensteinfeger.gmail.com Okay. Ich denke, dass ich habe das schon gekriegt. Offen Sie das? Ja, ich gucke gerade. Es ist von Sebastian Leroy und ist Paypal geschrieben mit größeres Buchstaben. Also, es ist noch nicht da. Ich habe noch nichts gesehen. Haben Sie das wirklich geschickt? Hallo. Haben Sie gekriegt? Ja, ich habe es noch nicht da. Es ist ungenutzt schon gekommen. Okay. Öffnen Sie das und sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihres Bildschirm? Noch nichts. Was bedeutet nichts? Na, habe ich doch gesagt. Es ist nicht gekommen. Okay. Was sehen Sie jetzt auf Ihres Bildschirm? Ja, mein Jubel-Mail-Passwort. Okay. Haben Sie meinen E-Mail gefunden und geöffnet? Ja, habe ich doch gesagt. Okay. Und was steht in meinen E-Mail? Ja, nichts. Es ist ja nicht gekommen. Okay. Dann, Herr Steinfeiger, ich werde Ihnen in 5 Minuten wieder anrufen und wir können das einfach... Ich denke, dass... Dann werden Sie das kriegen, okay? Oder benutzen Sie WhatsApp auch. Für WhatsApp habe ich schon. Okay, dann warten Sie bitte einen Moment. Ich werde Ihnen per WhatsApp melden und wir können dann weiter kontaktieren. Ich denke, dass ich ein Verbindungsproblem habe, weil wir telefonieren jetzt. Was? Ich habe das auch grüßtisch nicht verstanden. Herr Steinfeiger, sind Sie unterwegs jetzt, ja? Nee, ich bin zu Hause. Okay. Und Sie? Hallo. Okay. Herr Steinfeiger, einen Moment. Ja, ich kann warten. Sind Sie überzeugt, dass ich habe ein Internet? Ich habe Internet, ja. Und hätte ich ja die Jury-Zeit nicht aufmachen können hier von meinem Postfach, weil das läuft ja Mühe über das Internet. Da brauche ich ja einen Computer haben, da hat Internet dazu. Und wir telefonieren ja auch über das Internet. Festnetz ist ja auch mittlerweile alles über das Internet beim Telefonieren. Ah, Herr Steinfeiger, wenn Sie sprechen, können Sie einfach Ihres Mund öffnen und so sprechen, weil ich werde besser hören und besser verstehen jetzt was Sie meinen. Na, ich mach doch beim Reden mein Mund. Ja, aber Sie kommunizieren jetzt. Was? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Ja, das ist besser. Das ist viel besser. Ja. Wie bitte? Haben Sie gutes Internet zugriff oder einfach? Wie noches Gerät machen Sie jetzt? Weil, warum haben Sie dieses E-Mail noch nicht gekriegt? Ja, weiß ich doch nicht. Machen Sie das mit Kultschrank oder warum? Ich weiß doch nicht, warum ich das E-Mail nicht gekrieg, doch vielleicht. Weil in meinem System sehe ich, dass ich habe dieses E-Mail schon gekriegt. Ist nicht angekommen bei mir. Ist nicht da. Okay, ja, auch wieder hören. Warum? Ich dachte, Sie müssen mir eine E-Mail schicken, aber wenn Sie den einfach... Und dann hat sich der nette Betrüger einfach aus dem Staub gemacht. Aber nett von ihm. Ich soll meinen Mund öffnen und, äh, ja, mein Internet ist schlecht und, äh, ja, weiß ich nicht. Also, ob ich mein Internet über den Kühlschrank bediene, tja, genau so stellt man sich die Gespräche mit einem seriösen Unternehmen natürlich vor. Tja, ich weiß nicht, was die sich dabei vorstellen. Und das Schlimme ist, das funktioniert leider sogar, dass die mit solchen dreisten Aussagen und solche dreisten Typen an eure Kohle kommen. Es gibt leider sehr, sehr viele Leute, die da einzahlen. Und das ist das Traurige an der Geschichte. Von daher teilt das auf jeden Fall mit allen Leuten, die ihr kennt, damit das in eurem Umfeld definitiv nicht passiert. Dass sie irgendjemanden aus eurem Umfeld über den Nuckel ziehen und die Kohle aus der Tasche ziehen. Denn mit dem Geld kann man sicherlich viel, viel schönere Dinge anrichten, als, tja, die irgendeinem Betrüger zu schenken, dass er sich da einen tollen Porsche von kaufen kann. Ja, ich weiß nicht, ne, handelisch nicht. Ja. Sie wissen schon, über was ich spreche, richtig? Ne. Ok. Sie haben über unsere Werbung registriert, wo Sie Ihre Daten hinterlassen haben, für Bitcoins zu investieren. Mhm. Stimmt das? So, freu ich nicht. Wollte, Herr Standbecker, dann Sie wissen nicht, wo Sie Ihre Daten hinterlassen? Ja. Schammer. Ähm, lassen Sie mir bitte Ihnen vorstellen, damit Sie wissen, wo Sie ganz genau registriert sind, ja? Mhm. Haben Sie jetzt, haben Sie jetzt seine Hände zur Verfügung oder Computer? Ich möchte gerne Sie unsere Plattform vorstellen. Mhm. Und? Was benutzen Sie dann? Da habe ich beides. Beides? Ok. Dann werde ich Sie eine E-Mail schicken, den Sie bitte in Ihren Posteingang. Mhm. Und Sie bekommen von Sandra eine E-Mail. Dann bin ich ja mal gespannt. Was sieht? Wie ein Flitzebojen. Haben Sie meine E-Mail erreicht? Ich muss mich ja erst mal einloggen. Also ok. Mhm. Lass Sie bereit sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Was? Lass Sie bereit sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Achso. Mhm. Lass Sie bereit sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich muss mich mal gucken. Ja, bitte schauen Sie nach. Ja, ich muss mich mal gucken. Hallo? Was steht denn da drauf? Der andere Stein. Sie müssen einen Link haben. Ne, sehe ich nicht. Ist nichts drin. Haben Sie auch in der Spam geschaut? Ne, was ist das? Spam oder Young. Ach, den Young Ordner. Da muss ich mal reinglüpschen. Darf ich wissen, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wie meinen Sie? Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet? Na schon. Punkt Steinfeier. Und dann, äh, äh, medccfun.de Ok, ich hatte eine falsche E-Mail-Adresse bei mir. Ist das gleiche, was Sie gesagt haben? Ja. Ja. Äh, können Sie bitte wiederholen, damit ich das ändern kann? Monschon.steinfeier.medcc.fun Monschon. Äh, müssen wir wieder sagen, noch einmal und ein bisschen langsam. Und dann können Sie mir bitte einfach buchstabieren. Ach so, also soll ich die ganze Adresse buchstabieren einfüllen? Ja. Ja, Sie brauchen mir buchstabieren, damit ich keine Fälle aufmachen und damit ich das richtig schreiben. Deswegen müssen Sie mir bitte buchstabieren, wenn es geht. So, das machen wir mal. Warten Sie, ich setz mich mal hin. So. Dann guck ich mir das mal an. Also, ein großes S, äh, wie, äh, Saftschubse. Ja, okay. Hammer. Gut. Ja. Dann kommt ein, äh, dann kommt ein kleines H, wie, ähm, tja, äh, Hyperfortz. Okay. Dann kommt ein großes A, wie eine Neufelde. Ja. Ein, äh, großes W, wie Wicken. Alles groß ist was? Alles groß meinen Sie? Alles groß? Ja. Ja. Dann kommt ein, äh, ein kleines N, wie, äh, ja, wie, äh, Nille. Ja. Dann kommt ein, äh, ein Punkt, wie Punkt. Ja. Ja. Dann kommt wohl ein großes S, wie Saftschubse. Ja. Hm. Dann kommt ein T, wie Tittis. Ja. Ja. Dann kommt ein großes E, wie, äh, äh, wie, äh, ja, einmal in der Hose gewinkelt. Ja. Dann kommt ein großes I, wie, äh, Intimverkehr. Ja. Und dann kommt, äh, so ein, so ein N nochmal, wie, äh, 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 Nilliwilli. Dann kommt ein F, wie Fahrrad. Ja. Ja. Dann kommt ein E, wie, äh, Erektionsstörung. Ja. Ja. Dann kommt ein G, wie, äh, 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 ja, ein ganz toller Tag. Genau. Dann kommt ein, äh, dann kommt ein E, wie, äh, äh, immer in die Hose geschissen. Ja. Dann kommt, dann kommt ein R, wie, äh, äh, Rudelbumsen. Ja. Ja. Dann kommt ein Et, also so ein A mit einem Kringel drum. Okay. Ja. Ja. Dann kommt ein, äh, ein M, wie Mörber. Ja. Ja. Ein M, wie Mörber. M. Okay. Dann kommt ein D, wie Dachschaden. Ja. Ja. Dann, äh, dann, äh, äh, ein C, wie, äh, äh, äh. Wie kann man noch sagen? Ein N, wie, äh, 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 Nelli, Willi. Dann kommt wohl ein Punkt, wie Punkt. Und dann kommt ein D, wie Dachschadenbauer. Ja. Und ein E, wie, äh, ja, ihr, ehm, aber nehmigst. Okay. Ja. Hammer. Äh, das hab ich eingeschrieben. Ja, richtig. Äh, bis dann ihre, ihre E-Mail-Adresse aktualisiert ist. Es dauert 5,5 Minuten, damit ich ja, zugriff habe, Ihnen eine E-Mail schicken. Okay. So lange Wartestellen. Was? Wie? Ich hoffe, Sie wieder in 10 Minuten. Ist das in Ordnung für Sie? Nee. Die kann man doch so lange erzählen, wie das geht. Ich hoffe, Sie wieder in 10 Minuten, weil sowieso, wir können nichts machen. Und deshalb, äh, Sie werden Sie als, äh, als erstes Strick alles erklären. Mal, genau. Wie funktioniert. Wo haben Sie das Handelskonto, ja? Genau. Sie können mir ja erst mal so lange erklären, wie das funktioniert. Dann aktualisieren wir Zeit, da kann man ja die Zeit sinnvoll nützen. Herr Steinsteiger, ich hatte ja noch, äh, eine, eine andere Sekunde. Das Leben, ich hatte das Zeit nicht, nicht nur für Sie. Deshalb, ich hoffe, Sie wieder in 10 Minuten und ich bleib mit Ihnen dabei, damit ich Ihnen alles erklären. Okay? Mal, aber Sie können mir doch jetzt alles erklären. Ich hätte noch Termine, wie gesagt. Mal, aber wenn jetzt das mit der E-Mail nicht gewesen wäre, hätten wir doch auch noch telefoniert, oder nicht? Ja, das haben Sie recht, aber sowieso, wir müssen warten. Deshalb, ich hoffe, Sie noch eine andere Sekunde, weil ich hätte noch einen Termin. Und danach komme ich wieder bei Ihnen. Aber so lange können wir uns doch über Ihre Firma unterhalten. Ich werde Sie alles erklären, sobald das E-Mail aktualisiert wird, okay? Ich werde Sie alles erklären, sobald das E-Mail aktualisiert wird, okay? Ich werde Sie noch erklären, wie das funktioniert, und was man da so macht, und... Ich rufe Sie wieder in 10 Minuten, oder ich gebe Sie eine Kollege von mir an, und eine Kollege ruft Sie gleich an, damit Sie alles Informationen bekommen. Bis dann, ich bin frei, okay? Na, aber wir hätten doch jetzt so ein Wub-Telefoniert. Wie können Sie denn noch einen anderen Termin haben? Ja, ich hatte noch Termine, wie gesagt. Ich hatte noch Termine. Na, aber wieso rufen Sie denn an, wenn Sie noch andere Termine haben? Weil Sie pülen nicht die richtigen Daten ein. Das ist nicht meine Schuld. Das ist Ihre Schuld. Nächstes Mal müssen Sie auch warten, wenn Ihr E-Mail richtig ausführt. Achso, dann beleidigen Sie ja noch die Kunden. So machen Sie das also. Nein, ich wünsche Ihnen schon einen Tag noch. Haben Sie doch irgendeinen Wunsch? Ja, und dann hat unsere nette Tante einfach aufgelegt, weil sie lieber mit einem anderen Kunden telefoniert. Tja, da fragt man sich ja wirklich, warum rufen die eigentlich bei jemandem an, wenn man sowieso gar keine Zeit hat, das fertig zu machen? Ich meine, man muss ja immer in einem Gespräch damit rechnen, dass irgendwelche Fragen auftauchen oder ja irgendwas dazwischen kommt. Solche Zeiten, die muss man eigentlich mit einplanen in solchen Gesprächen. Tja, tut man aber nicht, weil letztendlich ist es hier nur auf Profit ausgelegt, dass die möglichst viel Geld verdienen. Naja, und die Leute bescheißen. Und sobald irgendwas komplizierter wird, hat man da gar keine Lust drauf. Weil letztendlich geht es auch gar nicht darum, dass man sich irgendwie mit euch unterhält. Es soll einfach nur darum gehen, dass ihr möglichst schnell euer Geld auf deren Konto überweist. Tja, damit die sich davon irgendwas Schönes kaufen können. Nicht die Mitarbeiter, sondern der Chef. Also der, der am Ende der Nahrungskette sitzt in diesem tollen Callcenter. Oh Mann, tja. Und so läuft halt eben der Betrug in solchen Callcentern ab. Einfach nur immer wieder Wahnsinn aufs Neue das Ganze zu hören. Hallo, guten Tag. Johann Kappels am Parat. Sie bekommen einen Ruf von der europäischen Finanzbörse. Ich spreche mit Herrn Steinfeger. Ja, so ein Steinfeger hier. Herr Steinfeger, wie ich dem einst, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Telefon. Richtig. So kann sein. Genau, jetzt gerade Sie haben Online Interesse gezeigt. Das bedeutet, Sie haben Interesse online zu handeln mit Kriptverwährungen und mit Aktien. Richtig. Ja. Genau. Ich bin Ihr Privatkonto-Berater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben. Damit werden Sie besser informiert auf die Finanzen. Okay. Okay. Sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? In welchem Bereich denn? In welchem Bereich denn? Online Handel mit Kriptverwährungen. In welchem Bereich haben Sie? Ne, das ist noch ganz neu. Ganz neu für Sie. Aber was zu wichtigste ist, Sie haben Interesse alles auszuprobieren. Ja, probieren kann man alles mal. Okay. Genau darum, Sie haben ganz richtige Interesse gezeigt und richtige Entscheidung getroffen. Diese Plattform, wo Sie jetzt gerade Interesse gezeigt haben, das ist unsere Anfängerplattform. Womit werden Sie alles auszuprobieren. Genau darum, Sie haben eine richtige Entscheidung getroffen. Sagen Sie bitte, Micha, haben Sie schon alle Informationen bekommen über dieses Thema? Ne. Dann machen wir folgendes. Ich werde ganz kurz, Schritt zu Schritt alles erklären, okay? Ja. Damit werden Sie bis zum Ende realistisch. Okay. Also wie gesagt, bei uns Handelsprozess läuft automatisch. Ja. Also alles ganz alleine. Ja. Alles läuft automatisch. Dann würden Sie, Sie brauchen nichts zu machen. Also stundenlang am Computer zu sitzen, brauchen Sie nichts. Okay. Genau so funktioniert es. Sagen Sie mir, ist das interessant für Sie oder nicht? Ja. Das klingt ganz gut. Okay. Dann sagen Sie bitte mir, mit welchem Betrag wollen Sie alles auszuprobieren? 25 Euro nehme ich da erstmal. So, wie bitte nochmal? 25 Euro. Okay. Also, minimalisches Einsatzkapital ist 10 mal mehr. 250 Euro. Ach so, viel muss man da reinstecken. 250 Euro, das ist minimalisches Einsatzkapital, womit Sie können den Rekord praktieren. Ja. Haben Sie das nicht gesehen auf unserer Werbung? Ne, habe ich nicht gesehen. Okay. Das ist kein Problem. Wichtige Sache ist das, dieses Geld, was Sie investieren, ja, das bleibt unter Ihrer Kontrolle die ganze Zeit. Sie werden dieses Geld nicht bezahlen, ja, sondern Sie werden das investieren. Ja. Verstehen Sie den Unterschied? Verstehen Sie den Unterschied, was ist für Bezahlung und für Investierung? Hm. Also, bezahlen das, das Sie bezahlen irgendwelche Summe für irgendwas, aber investieren, das, Sie investieren Ihr Geld und dieses Geld bleibt bei Ihnen, ja, unter Ihrer Kontrolle der ganzen Zeit. Okay. Okay. Genau so funktioniert es. Toll. 250 Euro, wenn Sie, Sie werden damit Ihr Konto aktivieren, richtig? Ja, wenn Sie sagen, das muss man so machen, dann mache ich das so. Ich kenne mich ja damit nicht so richtig aus, da sind Sie ja eher der Profi, der sich damit auskennt und mir sagen kann, wie man das alles macht. Äh, alles wird automatisch natürlich, also Sie haben das gesehen auf unserer Werbung, ja, wie es funktioniert. Ja, aber das habe ich nicht so richtig verstanden, wie das automatisch geht. Also, okay, ganz kurz, ich will das erklären. Sie bekommen von unserer Seite ganz kostenlos mathematische Software, sogenannte Roboter, ja. Diese Roboter ist ein Algorithm, welcher macht alles für Sie. Und die technischen Sachen, was wir müssen zusammen machen, wir müssen Ihre Konto aktivieren, da verbrauche ich Ihre Hilfe auch. Danach also, ich werde Ihnen weiterleiten mit Ihrem Expert und Ihre Expert aktiviert diese Software, diese Roboter, ja. Danach, Sie müssen nichts mehr machen, danach läuft alles automatisch. Also, diese Software kauft und verkauft persönlich für Sie Positionen, was Sie werden haben, ja. Okay. Coin, Ethereum oder Amazon Aktien oder so, ja. Ihre Gewünschte, okay. Verstehen Sie das? Ja, wenn Sie sagen, das ist gut, dann machen wir das so. Okay. 250 Euro ist Ihre gewünschte Summe. Sagen Sie bitte mir, mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Was meinen Sie? Mit Kreditkarte, mit Onlinebanking, mit PayPal. Mit welcher Summe wollen Sie Ihre Konto aktivieren? Mit welcher Summe? Nein, Summe 250 Euro, ja. Ja. Und mit welcher Zahlungsmethode meine ich? Mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Die Frage verstehe ich nicht. Okay. Also, Sie müssen 250 Euro investieren, ja, Sie haben gesagt? Ja. Okay. Mit welcher Karte werden Sie das machen? Ach so, mit irgendeiner Karte. Weiß ich nicht, was soll ich denn nehmen? Zum Beispiel Kreditkarte, haben Sie? Onlinebanking, PayPal? Ja, Kreditkarte habe ich in der American Express. Okay. Haben Sie PayPal? Normalerweise unsere Pfunde machen Transaktionen mit PayPal. Nee, kann ich aber schnell machen, wenn Sie das möchten. Dann gehe ich mal schnell auf die PayPal Webseite und dann mache ich da mal bei PayPal so ein Konto. Okay. Perfekt. Wenn Sie das schaffen, ja, also PayPal ist ganz einfach. So, dann gehe ich jetzt hier mal auf PayPal.com. Okay. So, dann mache ich da ein neues Konto. Okay. Wenn Sie sich anfangen, dann sagen Sie bitte mir, okay? Hallo. Ja. Okay. In der Zwischenzeit, ich werde persönlich für die Zahlungslink vorbereiten, okay? Ich muss nur überprüfen, dass diese E-Mail-Adresse gehört Ihnen, was Sie bei uns gelassen haben. Ja. Sebastian. Okay. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, wo ich gerade rufe. Ja. Ja. Was meinen Sie? Sebastian Kaki Fein, das ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay. Alles klar. Dann werden Sie nachher bekommen von meiner Seite. Mhm. In ein paar Sekunden. Okay. Also ist Ihr Name Sebastian? Nee. Wie bitte? Nein. Und dann, wie ist Ihr Name? Steinfeger. Und diese E-Mail-Adresse, wer gehört diese E-Mail-Adresse? Die gehört mir. Und Sie haben solche E-Mail-Adresse mit anderen Namen und Nachnamen? Mhm. Genau. Okay. Ich werde Ihre Personal zu verifizieren, okay? Wie geht das? Also ich muss Ihre Personal zu verifizieren, deswegen, ich sehe alles, ich denke das ist alles unseriös, ja? In einem Fall. Sag mal, ich bekomme eine entscheidende Antwort, denn Sie sind die richtige Versorgung, okay? Wie bitte? Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Okay. Wiederholen, wiederholen Sie nochmal. Herr, Herr Steinfeger, ich sehe in meinem System, dass Sie haben schon tausend Anmeldungen gemacht bei uns. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wissen Sie das nicht. Ja, mit dieser komischen E-Mail-Adresse, Sebastian Kacki-Fein, also, Sie haben diese Anmeldung gemacht, Minimum tausend war. Okay. Wissen Sie mir, was war Ihre Interesse, also? Ja, wenn dann irgendwas nicht ging, dann habe ich mich nochmal angemeldet. Okay. Ja, da irgendwie ging das nicht so richtig gut. Okay. Dann machen wir folgendes, also, ich werde Ihre Personal jetzt nochmal überprüfen und ich bekomme eine bescheidende Antwort, wenn Sie die richtige Person dann nicht. Wenn Sie sind die richtige Person, ich werde ihn nochmal anrufen, okay? Ich dachte, wir machen jetzt das Konto fertig, ich bin ja extra schon auf Paypal. Äh, ja. Es ist einfach. Normalerweise funktioniert das nicht, aber Sie sind unseriöser. Nee, ich bin nicht unseriös. Ihr seid doch Betrüger. Ihr seid kriminelle Betrüger. Ja, und dann hat sich der nette Onkel wieder ganz schnell aus dem Stopp gemacht, weil er gemerkt hat, dass er hier bei uns wohl keinen Erfolg haben wird und uns wohl nicht betrügen wird. Tja, und dann sind Sie ganz schnell weg, logischerweise, weil Zeit ist bei denen ja Geld und kostbar dementsprechend. Nur genau das wollen wir denen natürlich stehlen, dass wir möglichst viel Zeit von denen vertrödeln, dass sie keine Möglichkeit haben, die Leute zu beschubsen. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine kleine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020